Norddeutscher Rundfunk Ey, wenn es sofort muss, dann mehr, würde ich dich mitnehmen, Lika Nein, Mann, ich danke dir, lass dich mein Auto, Bruder Mein Versägen ist aufkommen, ich danke dir, du kannst mit dem Auto Ich bin mal für dich da, Mann Ey, wie läuft denn BWL, Lika? Ich bin halt nur am Pauken, Alter Acht Scheine geschrieben dieses Semester BWL, letzte Klausur, dann hab ich's hinter mir eigentlich Ich hab keinen Bock mehr, Lika, Mann, Lernen, Lernen, Lernen Ich hab kein Leben, Lernen, Arbeit, Lernen, Arbeit Bruder, wir schaffen das schon, Alter Auf jeden Fall, Bruder Halt den Kopf hoch, mit 500%ig dann Auf jeden Fall, Bruder, pass auf, tschau Ich bin halt nur am keepingun mit, bevor ich nie enthique dich Bis dann Moment ab undникert den Kopf hoch, bis jetzt und sie detrimental nachdem ich das sicherly, wenn ich mal hieranne Ich bin nur irgendjemand, irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich mag dich, Mann. Du bist vielleicht mein letzter neuer Freund. Ich bin nur irgendjemand, irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich bin nur irgendjemand, irgendjemand vor dem Mikrofon. Halt den Kopf hoch, Bruder, und gib 100%, du kommst nur weit nach oben. Wenn du hart dafür kämpfst, auch wenn die ganze Welt von dir denkt, dass du scheiße bist. Glaub an dich selbst und zeig, dass es anders ist. Halt stets Stand, denn das Leben ist ein Test. Starte dein Verstand, doch beharre auf dein Recht. Du musst dir gestehen, das Leben ist eben nicht nur noch geben und nehmen. Sondern nehmen, wann's geht, ähnlich wie schwimmen im See. Du musst hart dafür strampeln, um nicht unterzugehen. Wir sind an der grünen Ampel, doch immer noch am Stehen. Wir müssen etwa starten, auch wenn die ganzen Probleme ziemlich hart sind. Uns kann nichts auffalten, wenn wir einmal in Tat sehen. In den nächsten Zeiten folgt nun mein Fazit. Wir müssen überlegen, übernehmen, überstehen, überleben. Um zu übergeben, was wir überleben. Tags! Ich bin nur irgendjemand, irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich bin nur irgendjemand. Ich bin nur irgendjemand vor dem Mikrofon. Vor dem Mikrofon. Part-time oder full-time. Ich bin nur irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich weiß, das Leben schmeißt nicht selten mit viel Scheiß. Doch auch wenn über Umwege schließt, ist schließlich der Kreis. Scheiß mal drauf, wer ich bin und scheiß mal drauf, wie ich scheiß. Scheiß mal drauf, was ich mach und scheiß mal drauf, was ich weiß. Ich bin wie du jemand, der viel erlebt hat. Doch ich blieb tough und hart und hab gerafft das echt alles. Alles, was passiert, nur zum Guten ist. Das Leben oft zusticht, bis du am Verboten bist. Dass der, der gut zu sein scheint, nicht immer der Gute ist. Dass wir Menschen vergessen, was innere Ruhe ist. Das ist oft nicht mehr ausreichend, wenn man nur unmutig ist. Das Leben nimmt einen gerne Rand und ich mein, nichts Erotisches. Der Weg bis zur Erkenntnis ist nur Stress und Verpeilung. Doch du musst rausblenden, Erfahrung ist deine Heilung. Das Leben hat mich nicht selten richtig gut zerfetzt. Doch ich bin 100% Enthoffnung, stellst du guter Letzt, mein Bruder. Ich bin nur irgendjemand, irgendjemand vor dem Mikrofon. Ich bin nur irgendjemand. Jemand vor dem Mikrofon. Vor dem Mikrofon.